Schön dich zu treffen hier auf der Gamescom. Was gefällt dir? Alles. Ich finde es sensationell. Ich habe ja schon angefangen zu zocken, da waren die meisten noch gar nicht auf der Welt hier. Ich war 1983 mit dem Broadcaster unterwegs mit dem Commodore 64 und jetzt, was da alles draus geworden ist, aus den letzten 70 Jahren, ist der Hammer. Virtual Reality, PCs, die für 40.000 Euro zusammengebaut werden, ist der Hammer. Also ich finde es großartig. Zurich ist mein erstes Mal auf der Gamescom. Das allererste Mal. Ja. Und wenn es so weiter geht, das letzte Mal. Nein, super hier. Ich freue mich sehr. Und wir warten, wünsche ich noch ganz viel Spaß und wir wollen die ganzen Cosplayer anschauen. Das war's. Sag noch, Piraten gibt's euch noch. Piraten gibt's euch noch? Ja, uns gibt's noch. Ich freue mich. Macht weiter so. Super. Dankeschön. Viel Spaß noch auf der Gamescom. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.